Jesus sprach von der breiten Straße, die zu Verdammnis führt. Doch er hat sein Kreuz auf der Mitte dieser Straße aufgestellt. Er hat seine Arme ausgestreckt, um gekreuzigt zu werden, und hat den Weg erkauft. Das Kreuz Christi ist die größte Straßensperre aller Zeiten. Höre das Wort des Herrn. Lass diese Straßensperre dich aufhalten. Kehre um und glaube an das Evangelium. Umkehren bedeutet, sich umzudrehen. Und während du dich umdrehst, änderst du deine Richtung von der Hölle zum Himmel. Wir können nicht verloren gehen, außer wir umgehen zuerst Jesus und sein Kreuz.